Der Landessportbund will künftig in Magdeburg keine Mädchen mehr im Leistungssport Handball fördern. Begründet werde dies mit knappen finanziellen und personellen Ressourcen. Die Konzentration sei auf Sportarten zu richten, die nachweislich im internationalen Vergleich erfolgreich waren und die Garantie bieten, dies auch zukünftig zu gewährleisten. Ab dem nächsten Schuljahr gibt es den Leistungssport Handball für Mädchen ab der siebten Klasse nur noch in Halle. Dieser Tage forderten unter anderem die betroffenen Eltern und Vereinsmitglieder bei einem Treffen Antworten vom Landessportbund. Thorsten Kuhnke, Sportvorstand beim Landessportbund Sachsen-Anhalt, betonte, die Abschaffung des Standorts für Mädchen in Magdeburg sei eine Frage des Geldes. Dazu erklärt die SPD-Stadtratsfraktion, die Entscheidung widerspräche dem eigenen Grundsatz des Landessportbundes. Denn dieser lautet, junge Talente finden und fördern. Handballsport würde dadurch einen wesentlichen Teil der sportlichen Identität verlieren. Keine Mädchen, die gleichberechtigt ihre Talente im Handball verwirklichen könnten, bedeutet im Umkehrschluss auch keine Frauen, die ostdeutsche Sportgeschichte fortschreiben werden. Das sei weit entfernt von finden und fördern und vor allem von der gebotenen Zugangsmöglichkeit für Mädchen und Frauen zum Leistungssport. Die Fraktion Die Linke reagierte ebenso mit Unverständnis. Diese unglückliche Entscheidung schwächt die Sportstadt Magdeburg. Handball im Mädchen- und Frauenbereich gehört ebenso zur Sportstadt und zur nördlichen Region Sachsen-Anhalts wie alle anderen Sportarten, egal ob von Männern oder Frauen ausgeführt. Die Oberbürgermeisterin Simone Borges und die Landesregierung sind aufgefordert, entsprechende Initiative zu ergreifen und Gespräche mit dem Landessportbund zu führen. Frauenhandball hat in Magdeburg eine lange Tradition. Viele Handballerinnen können auf große Erfolge bei Weltmeisterschaften zurückblicken. Das dürfe nicht vergessen werden. Die Fraktionen von SPD und Die Linke fordern den Landessportbund, diese Entscheidung unverzüglich zurückzunehmen.